Schlechte Nachrichten für Sparer am Sparbuch bei derzeit 0,01% Zins oder Inhaber von Bausparverträgen bei 0,5% Zins, wenn sie hoffen, dass die Erträge zukünftig wieder nach oben gehen. Das Einzige, was aktuell steigt, ist die Inflation. Wenn genau du wissen willst, wie du zukünftig 4% jährlich im Schnitt erreichen kannst und das trotz Wirtschaftskrisen, dann bleib genau jetzt dran. Willkommen zur heutigen Ausgabe vom Experten-Tipp zu einer weiteren Geschichte zum Thema Veranlagung. 4% Zinsen kontinuierlich beim aktuellen Zinsniveau, wie geht das? Das dachte ich zuerst selbst, bis ich mich davon persönlich überzeugt habe, dass das möglich ist. Wie beim letzten Video bereits erwähnt, kommt es auf die Mischung deiner Finanzprodukte darauf an. Zu Beginn meiner Karriere in der Finanzbranche im Jahr 1997 hatten unsere Kundendepots weder eine Struktur noch ein klares Ziel, dafür aber enorm hohes Risiko. Uns ging es einzig und allein darum, die größtmöglichen Provisionen zu erzielen. Die Folgen waren verheerend, als es im Jahr 2008 wieder einmal an der Börse crashte. Die Lehman Brothers Pleite war da. Ich kann mich noch gut erinnern, als bei uns im Büro in Schlappning die Kunden quasi Schlange standen, um ihre Mindel-Aktien zu verkaufen, um noch den bestmöglichen Kurs zu bekommen. Rette, was zu retten da ist, lautete so quasi das Motto. Gefolgt von Klagen über die ehemalige Firma, die zum Glück mich nicht persönlich betrafen. Damals wusste ich, dass ich für die Zukunft etwas anders machen musste, als ich die Firma noch im selben Jahr verlassen hatte. Mein damaliges Wissen hatte ich von ehemaligen Bankangestellten. Und wie ich im Nachhinein feststellen musste, versagte die Mischung. Wir waren nur in einem einzigen Produkt investiert. Seit dem Verlassen der ehemaligen Firma erwirtschafte ich auf meinem Depot kontinuierlich 4% und selbstverständlich auch auf den Depots meiner Kunden. Wenn du jetzt wissen willst, wie deine optimale Lösung ausschauen soll, mache ich dir folgenden Vorschlag. Kontaktiere mich über einen unserer vielzähligen Kanäle, zum Beispiel auf unserer Homepage unter www.mb-v.at oder über unsere Telefonnummer 36 85 23 500 und vereinbare dir einen Termin mit mir persönlich. Ich nehme mir für dich eine Stunde Zeit, kostenlos und unverbindlich selbstverständlich, damit wir deine persönliche Strategie erarbeiten, damit auch du künftig davon profitieren kannst. Warum ich das Ganze kostenlos und unverbindlich mache? Weil ich aus Erfahrung weiß, dass gute Beratungsgespräche zu neuen Kunden führen, welche mich positiv weiterempfehlen. Und somit lohnt sich diese Investition für mich auf alle Fälle. Sei beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich dir über die versteckten Kosten in der Veranlagung erzähle und wie diese deine Erträge Stück für Stück zunichte machen. Ich habe viel für dich, dass die Erträge nicht immer wieder das, dass ich den Beträge nicht richtig mache, dass die Erträge nicht die Erträge nicht getroffen habe.